Kann man besser sein zum Essen? Simon, mach's mir! Mach's mir heftig! Soll ich jetzt einen Verwärtschen rein? Ja, so... Tanzen mit dem Kripp! Kripp, das ist jetzt... Okay, ich... So, ja... Tanzen? Toll? Ha? Toll? Ja, ja... Jetzt wurde abgeholt... Fäsch in der Haus... Echlag Wäschstück Kripp! Bäschstück! Oh je Leute! H election mês... Jar, nee... Jn, Hahl und o Dial bilingual! Also... So, du Häh nothin' auf... Break! Mit Si Kommt ihr doch raus... Nur mal so gasen... D asp ist bekannt für die depression! Ich bin durch die Klinik gehabt. Ich bin durch die Säure. Du hast reingekommen. Klar, jetzt sind wir in den Baumart. Oh, das wird verschüsselt. Soll es ja nicht vergoltet, oder? Ja, voll. Ich bin durch die Säure. Ich bin durch die Säure. Ich bin durch die Säure. Okay. So, der Mausen gehängt. So, aber keine Ahnung. Nein, jetzt nicht. Servus, Conny. Ja, kommt doch nicht gleich dabei. Ja, dann vielleicht. Vielleicht kommt doch jemand. Ja. Kann man doch wissen. Du bist ja wegkommen, aber du. Ja. 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 Du bist ja schon flungen, oder? Ja. 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 Das ist ein bisschen schlimmer, wenn ich eigentlich... Ich muss langkommen, wenn ich meine Granaten... ... und meine Hände... ... und ich gucke wie das... ... und ich gucke... 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 Das gibt's nicht mehr. Ja, komm, dann muss ich noch mal zeigen, dass du es nicht lebst. Ja, komm. Der ist seins. Oh, der ist ja kaputt. Oh, oh, Alter. Oh, der ist ja da. Kaputzenstück. Oh, der ist ja da. Schönen Sie mich. Noch mal heute so jetzt, ne? Ich weiß nicht, ob er wieder bestücken will. Ja, aber du bestückst keinen. Hä? Äh, gut genug, ja. Was ist das? Ja, das ist wie eine Klung bei Granaten. Wie war meine? Ja, ich stehe mir zu viel. Ich bin mir so kalt, wie ich war. Boah, nice man, ich fühl's doch gut für mich. Den hätte er nur gekriegt. Was ist das so weit unmöglich? Ja, ja, ist ja nicht. Oh ja. So schön, wie denn? Ja. Okay, Mann! Wär's nicht mehr macht! Ja, sauber, man kann weichen Stücken. Fulafelpap. So, mit den Stimmen, die Tiere, kalt ihn. Ja, Teil. Du hast gerade kein Ding drin, oder? Nein. Den ist ja direkt im Rausengeben. Den ist ja nicht im Rausengeben. Der ist ja. Schau mal Simon, du bist klar. Ja, Simon. Simon ist ja auch mal die Kategorie, oder? Simon ist ja noch mal viel besser. Na, geil. Sowas können Sie wohl wirklich nicht sagen. Nein, 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 nein. Ihr habt ihn direkt eingestuppt. Also gestuppt, ihr habt eine Karte. Und dann sowas. Ich glaub das nicht. Jetzt noch einmal. Kann der Gattel oder was? Nein, oder denn? Nein! Der ist nicht warm. Der ist nicht warm. Der ist nicht warm. Ich bleibe nicht aufregen. Ich weiß es nicht. Der ist gerade in der Welt. Das gibt es dann nicht. Das gibt es nicht. Das gibt es nicht. Der muss lieber gehen. Ja, lieber gehen. Kommt du nicht mehr? Au! Und der Gerzen? Nur wirklich Merzen, so. Oh ja. Kommt nicht. Oh, das verschlimmert. Das ist ein Niederrück. Super schön, oder? Das gibt es so viel. Wo? Oh, ey! Gegenüber! Gib dir eine Sniper und dann macht der Hilf ins Spiel. Das ist so schlimm. Nur lieber die Wöhn. Wöhn, mit der Wäge. Wöhn, Kürtäck-Gübert. Jetzt war die Wäge. Die Wäge. Wöhn, Kürtäck. Ah, okay. Das war aber jetzt ein Lack. Das war aber jetzt ein Lack. Nein, das meine ich auch noch. Meine ist unbrauch, ja, und das will zurück. Dann wird das Blüte. Was hat nichts mit Blüte jetzt mit Blüte? Beide Lack. Sozusagen. Du triffst doch immer noch ein bisschen mit Blüte. Super. Schau doch aufs Radar. Nein, nein. Also echt. Das hätte ich nicht gegen die Wäge erwartet. Was du aufs Radar schaust. Das... Das Grusche. Was bitte immer das Grusche? Setz dich da. Komm mal rein. Hallo. Aber eben, wir benutzen jetzt beide so richtig, die Nubwaffen. Müsst ihr das? Dann fahren wir einigermaßen ein Beispiel und das machen. Aber jetzt werden bloß Nubwaffen benutzen. Wir benutzen nur Nubwaffen. VR, Sniper, Super. Super. Und durch die Nubwaffen? Das stimmt. Allerdings, ja. Das gibt's doch nicht. Schon wieder. Der... Der kann nicht aufräumen. Ich hab's durch die Dier geschmissen und dann kommst du. Der Ohr ist da. No Scope. Ich schmeiß den Gernatten durch die Dier und dann kommt was so. Durch die Dier? Ja. Was ist ein Dier? Und dann brault's an der nicht vorhandenen Dier auch. Wo gibt's denn da ein Dier? Ja, an so'n Öffnunghalter. Was soll ich denn heute auch wieder setzen? Das bin ich schon. Durch die Öffnung? Ja, an so'n Öffnung. Ja. Das Ding ist einfach fast genug. Ja. Das Ding ist einfach fast genug. Das Ding ist einfach immer. Diesmal. Ich sollte diesen ... Ahhhhhhh. Guck mal. Ich brauch's denn doch mal. Da gibt's doch mal! Hust du das? Du bist ja nackt 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 nackt. Entschuldigung, das ist nur noch eine Ecke. Entschuldigung. Simon, ich brauche mich nicht mit deinem Spiel. Ja! Ja! Ah, da war kein Losgabe dabei. Oh, da kann es gehen. Ja, da kann es gehen mit deinem Spiel. Aber da hat er noch eine Helle dabei. Das wird mir schon klar, wenn er nicht dazu kommt. Ja! Oh, ein Stück! Super, super schickener Stück. Boah! Boah! Okay, wo war er da? Ja, das gibt's ja nicht, wo kommst du, ja? Man springt jetzt andersweit, ja? Ja, aber mit dem Schwert fleckbar waren wir jetzt 500 Meter, ne? Ja, aber mit dem Schwert fleckbar waren wir jetzt 500 Meter, ne? Ja, das war schon die normale Distanz. Ja, ja. Der Distanz. Genau. Und die war es, die war es, die war es, die war es. Das war alles gar nicht, aber. Das war eindeutig die Brust. So ein Scheiß, du hast keine Laptop, ne? Ja, das ist ein Unser, ne? Kein Handicap, ey. Hä? Du hast kein Handicap, ey. Ja, der Handicap, wieder ein Seine und du darfst ein Seine. Ich hab Mittagslag erreicht. Und das ist ihm noch wenigstens eine Chance. Ja, du hast ein Handicap, ey. Was? Ich hab' den Handicap, ich hab' den Kopf gemacht. Ich hab' den Kopf gemacht. Ich hab' den Kopf gemacht. dann klicken es крут, nicht g swings mehr als dem Kopf. Also parallels euch an, wenn ich hier mit ihm nach dem Kopf zum Kopf kommt. Vielen Dank.